Ein typischer Einwand ist, vielen Dank für die gute Beratung, aber ich muss noch mal zu Hause messen, da haben Sie ja sicher Verständnis. Natürlich haben wir Verständnis, aber wir können ja noch mal nachhaken. Und gerade dieses Thema Nachmessen ist der eine Einwand, der am öftesten tatsächlich ein Vorwand ist. Es gibt oft zwei Gründe, der eine, der gut klingt und der andere, der wahr ist. Und die Leute nehmen meistens den, der gut klingt. Und wenn sie sagen, sie wissen nicht, ob das so richtig reinpasst, dann klingt das gut und der Verkäufer entspannt sich meistens. Wir entspannen uns auch, gehen aber trotzdem aktiv mit dem Einwand um nach dem Einwandbehandlungsprozess. Sie erinnern sich, das Erste, wenn es einen Schlag tut, das heißt, wenn es einen Einwand gibt, puffern. Wir lehnen uns zurück, entspannen die Schultern und hören nickend dem Kunden zu. Nehmen Blickkontakt auf, nicken und hören zu und entspannen uns. Legen den Stift weg, legen die Tastatur zur Seite, was auch immer da diese Situation ausgelöst hat. Ich will das jetzt nicht, muss sofort weggeräumt werden aus der Sicht. Wir nicken und hören zu. Als nächstes die Phase, Aktives zünden. Verstehe ich Sie richtig? Sie sind nicht ganz sicher, ob das so reinpasst und wollen nochmal in Ruhe und ganz ordentlich zu Hause alles ausmessen. Als nächstes erklären wir, ich bin okay, du bist okay, warum wir Verständnis dafür haben. Wissen Sie, da kann ich Sie gut verstehen. Für mich ist das noch wichtiger als für Sie, dass nachher alles reinpasst. Wissen Sie, wenn die Monteure das nachher bei Ihnen reinschleppen und mich dann anrufen und sagen, du, das passt nicht, da geht die Tür nicht mehr auf, habe ich einen riesen Schlamassel, wir müssen das zurücknehmen in die Ausstellungsstellen mit Verlust verkaufen und den Ärger habe ich. Also für mich ist es noch viel wichtiger als für Sie und ich will Ihnen auf keinen Fall was verkaufen, was nachher nicht gut reinpasst und auch gut aussieht. Das ist der Puffer und das machen wir so lange, bis der Kunde entspannt ist und nickt und uns nicken zuhört und wir wieder auf der selben Wellenlänge sind, sonst können wir gar nichts machen. Als nächstes packen wir die Lupe aus und forschen nach. Gibt es außerdem dem Problem, dass Sie nicht genau wissen, wie das bei Ihnen reinpasst, noch irgendwas, was Sie zögern lässt? Wenn ja, gehen wir damit um. Wenn er sagt, nein, das ist es, dann forschen wir weiter nach, die Lupe bleibt weiter draußen und wir haben ja eine Kontaktskizze gemacht, wir geben den Kunden die Kontaktskizze und sagen, Mensch, wir haben ja hier ungefähr den Raum aufgemalt, wo meinen Sie denn, gibt es die Probleme? Stößt es auf der Seite von der Tür an oder auf der Seite vom Gartenfenster oder wo genau? Oder ist es zu hoch, dass es ins Fenster reinkommt? Wo sehen Sie denn das Problem, dass es nicht reinpasst? So können wir auch rauskriegen, ist das ein Vorwand? Dann können wir nachfragen, Mensch, was haben Sie denn noch, wo Sie sich nicht ganz sicher sind? Oder ist es tatsächlich, wer weiß nicht, ob die 3,50 Meter da an der Wand Platz ist? Wenn der Einwand isoliert ist, das heißt, wenn wir wissen, das ist es, es gibt sonst nichts, was ihn zögern lässt und es geht darum, passt es neben die Tür, passt es nicht neben die Tür, erst dann rütteln wir nochmal an dem letzten Einwand, das heißt, gucken, ob diese eine Wand, die dahinter steht, der Einwand tatsächlich fest ist und wir damit umgehen müssen und sagen, stellen Sie sich vor, Sie wären jetzt zu Hause und hätten alles ausgemessen, vielleicht sogar mit Pappkartons auf dem Boden ausgelegt und es passt alles rein, könnten Sie dann eine Entscheidung treffen. Das ist der letzte Schritt der Einwandisolierung. Dann würde ich mich gut fühlen mit der Entscheidung. Erst wenn das gegeben ist, Sie erinnern sich daran, wachsen die Lippen aus der einen Wand und wir fangen an, den Einwand zu beantworten und sagen, wissen Sie, dann schreibe ich Ihnen das hier so auf, damit ich Ihnen schon mal den Preis reservieren kann. Ich schreibe Ihnen drauf, Maße frei bleiben, Sie können das jederzeit auf dem Sofa mit anderen Maßen ändern und dann fahren Sie nach Hause oder vielleicht bieten Sie auch an, selber nochmal vorbeizufahren, messen das aus und dann haben wir beide Sicherheit, dass das gut reinpasst und wenn nicht, ändern wir die Maße auf ein anderes Modell. So, wenn der Kunde unterschreibt, dann hat er zumindest mal die Entscheidung aus den Füßen und ist damit in der Regel glücklich. Die Kunden wollen ein Sofa kaufen und wenn die zigmal hin und zurück fahren, dann haben wir denen keinen Gefallen dadurch getan. Also, danach Einwand beantworten und dann kommt der Probeabschluss. Prima, ich schreibe das jetzt so für Sie auf. Maße frei bleibend, Sie messen das aus und geben mir dann telefonisch das okay. Das war das Beispiel, nochmal messen, oft ein Vorwand, aber wenn es ein tatsächlicher Einwand ist, ist das eine Möglichkeit, damit umzugehen.